Please hold for a very important message. Weil ich finde das Konzept eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Und ich würde mich ehrlicherweise auch mit meinem ersten Freund treffen. Auch mit dem zweiten. Vielleicht melde ich mich da einfach mal an. Ja, und dann quatscht man mal ein bisschen. Ne? So. Falls ihr neu seid auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Schnuffelhase werden möchtet. Tretet dieser Community bei. Werdet einer von uns. Und helft uns dabei, uns allen hier in der Gruppe einmal zu analysieren, was hier bei den Leuten schiefgelaufen ist. Man kann ja auch was für sich mitnehmen, für sein eigenes Liebesglück. Ja, was soll ich da sagen? Bleibt einfach dabei und haut die Finger in die Tasten. Hallo, ich bin Nastasia Avilova. Und man kennt mich vielleicht aus einem oder anderen Format, wie Dschungelcamp oder Bräumebox. Sie war im Dschungelcamp. Also ich kannte sie bislang nicht. Aber ja, sie ist eine hübsche Frau. Was soll diese komische Frisur? Die sieht einfach wie ein Vogelnest aus. Sie redet gerade über ihren Ex-Freund, den Ernesto Monte. Ich wusste nicht, wer das ist. Ich habe diesen Namen aber mal gehört. Und ich wusste immer nicht, von wem ist da die Rede. Ist Ernesto Monte jemand vom Balkan aus Serbien? Der hört sich so an wie meine ganzen serbischen Freunde hier, die länger Familienmitglieder. So ein bisschen von seinem Akzent her. Und auf jeden Fall, als sie ihn sah, sie als Playmate und Supermodel, hat sie gedacht, was hat er da für ein Vogelnest auf dem Kopf. Aber es scheint ja gereicht zu haben, um sich in ihn zu verlieben. Wenn man mit einer Freundin irgendwo verreist und will schöne Zeit haben, sich dann aber alles um Social Media dreht. Das geht natürlich gar nicht. Aber den Eindruck hat sie mir auch gemacht. So eine Handysüchtige, die war nämlich auf Malle. Und da hat dann die Beziehung an Qualität verloren, weil sie wollte nur sexy Pics von sich, dass er die macht. Und hing nur an ihrem scheiß Handy. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich mache hier auch mal eigenes Programm. Ich treffe mich mal mit einer Freundin und erzähle dir davon nichts. Aber es ist nur eine Freundin. Und warum er ihr das nicht erzählt hat, keine Ahnung. Sie hat dann weiter Selfies gemacht und es war nun keiner mehr da, der sie fotografiert hat. Aber naja. Der Hauptträgerungsgrund war, dass ich erfahre aus einer Zeitung, dass mein Freund gestern mit einer Frau irgendwo da spazieren war mit ihrer ganzen Familie den ganzen Tag. Wie traurig, ne? Also die sind im Urlaub. Und dann liest sie eine Zeitung. Deswegen lese ich auch keine Zeitung. Liest sie eine Zeitung und dort drin steht, dass er spazieren war mit einer anderen Frau, während er mit ihr im Urlaub war. Und sie hat das nicht gemerkt, weil sie so viele Selfies gemacht hat oder was? Ich wollte eine alte Freundin besuchen. Sagt mir das doch. Hat er ihr nicht erzählt oder was? Ich könnte mir ja vorstellen, dass er wirklich so angepieselt war, weil er sich so dachte, ey, ich bin Ernesto Monte. Ich weiß gar nicht, was der Typ macht. Aber wie kannst du dieses Handygerät mir vorziehen? Du wirst es sehen, ich treffe ihn mit jemandem und sag dir das nicht. Wir haben uns gar nichts getrennt. Das haben die Medien für uns gemacht. Ja, und da lachen die drüber, ne? Ich finde, das geht gar nicht. Das ist auch so super traurig, so ein richtiges Armutszeugnis, ihr Süßen. Weil ihr seid auch keine 10 mehr oder 20. Dass ihr euch nicht trennt, sondern dass Medien das für euch machen. Was labert ihr? Sie ist abgereist. Sie hat ein Interview bei Bild gegeben, dass sie mit mir noch reden will. Aber zu diesem Treffen ist sie nie gekommen. Ich finde das richtig unangenehm. Aber heute ist sie eine reife Frau, die so niemals mehr agieren würde. Und ich glaube, sie hat auch ihre Impulse unter Kontrolle. Und heute ist sie ein anderer Mensch. Natürlich habe ich gehofft, dass er irgendwie auf mich zukommt. Warum kommt sie da so reingelaufen? Also sie ist schon so eine kleine Poserin, man merkt es auf jeden Fall. Und sie ist so, ja, also ich bin dann abgereist. Und ich habe der Bild-Zeitung gesagt, ich werde nochmal das Gespräch zu ihm suchen. Er hat diesen Artikel gelesen und hat gedacht, okay gut, wann ruft sie denn an? Und dann hat sie aber gleichzeitig gedacht, ja, scheiß drauf, was ich der Bild erzählt habe. Pustelguchen, ich merke mich bei dem ganz sicher nicht. Ich warte, bis er mich anruft. War ich für dich nur eine Romanze? Was ist denn eine Romanze? Also ich meine, seine Ehefrau warst du nicht, weil sonst hättet ihr euch scheiden lassen oder so. Du warst ja irgendwie gar nichts, weil ihr habt euch ja auch nicht getrennt. Also was, was, naja, diese Frage hat sie ja auch nicht gestellt. Ich will sie jetzt auch nicht so fertig machen. Ja, tatsächlich warst du für mich eine tolle Romanze. Ja, guck mal, das ist doch nett jetzt, oder? Ich denke, ich habe von dir was gelernt. Er ist natürlich auch, also ich lerne ihn heute erst kennen, aber er ist schon sehr spitz. Er weiß auch ganz genau, wie er sie auf die Palme bringt. Also, er hat was von ihr gelernt. Was denn? Und sie ist schon so bereit, ihm so ein Messer in den Kehlkopf zu werfen oder ihm die Kehle aufzuschneiden? Was denn? Hüte deine Zunge, pass auf, was du sagst. Weil heute bin ich irgendwie aggressiv, ja? Was für eine Frau für mich nicht passt. Und er macht es so richtig locker, ne? Also du hast mir wirklich was beigebracht. Und zwar, was ich in meinem Leben nicht brauche, weil du bist Müll. Du bist scheiße, aber, aber hübsche Scheiße. Mach mal nicht. Das ist bei ihr angekommen. Also er hat halt gesagt, was er gesagt hat und, äh, dass sie gut aussieht, aber dass sie ein Fehler war und dass er sowas nie wieder möchte. Und sie, ähm, nimmt da für sich raus, dass sie einfach gut gemacht ist, äh, also gut aussieht, sorry, und aber scheiße ist. Weißt du deine große Liebe? Ich denke nicht. Easy. Du willst nicht wissen, warum? Das ist ein anderes Paar. Das ist jetzt ein nicht bekanntes Paar. Die haben anscheinend also Paare, die bekannt sind und die nicht bekannt sind. Und, äh, die Frage bei denen auf dem Teller ist halt so, war ich dein Traummann? Und, äh, er versucht sich so zu kontrollieren, seine Impulse zu kontrollieren. Okay, easy, easy, easy. Und sie so, willst du gar nicht wissen, warum? Wenn du sagen willst, warum nicht? Ähm, wir haben zu oft diskutiert. Also wenn du es unbedingt sagen möchtest, warum ich nicht dein Traummann war, deine große Liebe, dann sag es doch. Soll ich mal anfangen, wie viele Bilder von Mädchen du auf Insta likest? Die beiden sind natürlich auch sehr jung, ne? Ich glaube, sie ist 19 oder so, gerade volljährig geworden und, ähm, eher 20 oder whatever. Und deren Problem war tatsächlich, ich finde das ja auch sehr spannend, dass er Bilder von seinen Freundinnen, seinen platonischen Freundinnen auf Insta liked. Und ihr Problem ist, dass sie auf Insta geht und ihre Lebenszeit verschwendet, damit, ihn zu stalken. Du weißt ja ganz genau, dass diese Mädels, wo die es spricht, dass sie die gelaget haben auf Instagram. Und so, die sind meine Freunde. Also, weißt du das so ganz genau? Weil irgendwie scheint es ihr ja schon ziemlich zu jucken, ne? Also, du weißt ganz genau, dass es meine Cousinen sind, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, was dein Problem ist. Du willst mich einfach nur schlecht machen. Das sagt er auch. Also, du willst mich einfach nur schlecht machen. Warst du glücklich mit der Entscheidung? Ganz herrlich. Ich fahr wirklich glücklich damit. Gute Entscheidung. Hab ich getroffen. Ganz, ganz mies. Weil er hat am Anfang gesagt, er hat mit ihr Schluss gemacht, aber er bereut es. Und jetzt fragt sie, ob er glücklich ist, mit der Entscheidung, mit ihr Schluss gemacht zu haben. Und weil er aber merkt, dass er hier so die Überhand verliert in diesem Gespräch, labert er ihr ein vom Pferd. So, das war die beste Entscheidung. Schön, dass ich dich verlassen habe. Und dann guckt er noch so, ob seine Bombe richtig gelandet ist. Also, knickt sie jetzt ein? Woran genau ist unsere Beziehung gescheitert? Wie würdest du das so kurz und knapp formulieren? Ich finde, sie hat schon so irgendwas hat sie im Gesicht, wo man einfach so auch gar nicht Bock hat, nett zu ihr zu sein. Ich weiß nicht, warum. Sie ist so eine kleine Zickige einfach. Wie würdest du das kurz und knapp jetzt einmal bitte beschreiben? Erzähl mal. In meinen Augen hattest du zu der Zeitpunkt überhaupt keinen Humor. Nein. Es geht wieder um Humor. Nein, nein, es geht darum. Du hattest keinen Humor. Entschuldigung, ich hatte keinen Humor. Okay, du hattest keinen Humor. Du ekeliger. Ich fand dich nie lustig. Sorry, dein Humor, ja. Alles unter Gürtellinie. Es ist nicht funny. Es ist nicht funny, Süßer. Wenn du unter der Gürtellinie Witze machst und so. Halt einfach deinen Maul. Lad mich gerne überall ein. Du hast Geld. Du bist irgendwie so Komiker oder so mit deinem Vogelnest auf dem Kopf. Lass einfach das Geld fließen. Und mach keine Witze über mich. In meinen Augen warst du sehr verletzlich. Ich habe mich kaum getötet. Ja, natürlich. Wenn dein Humor einfach absolut scheiße ist. Also, weißt du, was ich meine? Du verdienst zwar mit deinem Humor vielleicht auch Geld oder so, aber wenn du so scheiße bist, bin ich natürlich zickig und bin nicht laut und aggressiv und verletzlich und so. Sorry, du hast mir ja gesagt, immer deine Stimme ist komisch. Ich so, come on, das ist meine Stimmfarbe. Erstmal ist die nicht komisch. Das war vielleicht liebgemein. Okay, Ernesto, das kann man so nicht verpacken. Also, ihre Stimme ist echt so ein bisschen höher und so, ne? Da kann man jetzt nicht sagen, das war liebgemein. Da haben wir dich jetzt ertappt. Da hast du die kleine, ähm, ja, ihre Stimme halt kritisiert. Das geht natürlich nicht, weil da kann sie nichts für. Ernesto, der hat immer so mich nachgemacht, sagen, wie du immer redest, kannst du nicht mal normal reden. Also, vielleicht dachte er auch, du hast irgendwie einen Heliumluftballon inhaliert, oder? Ja, wusste er, dass das wirklich dir von Gott gegeben ist, oder? Also, das ist nicht lustig. Ne, das ist aber wirklich nicht lustig. Das kann er so nicht machen. Warum hast du dich mit anderen Frauen getroffen? Er freut sich voll, ne? Weil er ist jetzt wieder so der Babbo. Er sieht, eventuell ist sie doch eifersüchtig. So, er kann sie doch wieder so manipulieren und so haben. Das fand ich, als ob ich dann die Leute bei mir zu Hause war, oder ich bei dir zu Hause war. Und ich frage gerade, was ihr gemacht habt. Chillen, also... Chillen halt einfach, ne? Also, ich glaube, man nennt auch Chill-Partys Bums-Partys. Den, äh, den Definitionsgebrauch gibt es schon. Sie will halt wissen, was er mit denen gemacht hat. Und warum war sie nie dabei? Ist jetzt mal die nächste Frage. Also, warum ist das jetzt so ein Geheimnis? Warum erfährt sie erst jetzt, was ihr gemacht habt? Das ist so das Ding. Also, ob das jetzt wirklich seine platonischen Freundinnen waren? Ich wage, es zu bezweifeln. In der Beziehung, wo ich einen Trainer hatte, habe ich auch mit den Mädels getroffen. Aber nicht auf eine schlechte Seite, sozusagen. Wir gehen manchmal raus zum Kino, sozusagen. Bevor wir waren die ja da. Die sind meine besten Freunde. Also, so rein theoretisch, ne? Hat er mit dem, was er sagt, ja recht. Also, ich meine, wenn deine Freunde nur platonisch sind und die vorher schon da waren, so, ist okay. Aber er könnte also ihr vielleicht auch ein besseres Gefühl geben, weil für sie ist das ja irgendwie so eine Blackbox gefühlt, dass sie zumindest einmal weiß, wer sind diese Mädels, dass sie die vielleicht auch mal trifft, dass sie auch das Angebot bekommt, mal mitzukommen. So was sind natürlich Instrumente, wo man dem Menschen ein besseres Gefühl geben kann. Du weißt niemals, niemals, niemals im Leben, ein Junge finde wie ich. Ich heiss so. Das ist ja jetzt so. Oh Gott. Ja, merkt er das hoffentlich selber, dass er das bitte nie wieder sagen soll? Weil das ist auch so Gaslighting, ne? Du wirst nie wieder jemanden finden, der so ist wie ich. Warum denn nicht? Also, ich meine, wer bist du denn? Wie schäbig willst du denn, dass sie sich gerade fühlt? Warum sollte sie denn nicht jemanden bekommen, der wundervoll ist und perfekt für sie ist? Wir wollen wirklich ernst reden und dann kommst du mit so was. Also, das hilft uns nicht weiter. Ich dachte mir so. Aber ich liebe sie, ne? Sie ist ja 19 und sie checkt das schon. Andere würden das ja wirklich, die würden darauf eingehen. Aber sie ist so, Junge, willst du jetzt hier ordentlich mit mir reden oder willst du dein Affentheater hier machen? Ich finde niemals jemanden, der so ist wie du. Warum denn nicht? Was waren diese ständige Anmerkungen? Ja gut, das waren natürlich... Du hast mir vorgeworfen, dass ich Deutsch nicht kann. Darf ich das? Ja, also, ich glaube, bezüglich der Sprache und des Akzents und so solltet ihr euch beide nichts an den Kopf werfen, ne? Also, es ist ja nicht schlimm, aber ihr redet jetzt nicht so, als wären ihr gebürtige hier Deutsche wert, die seit der Geburt in Deutschland sind, ne? Was auch absolut nicht schlimm ist. Aber das ist dann, wenn das einer von den beiden gemacht hat, dann ist das eher so Projektion. Also, dann ist der Ernesto auch nicht glücklich über sein Deutsch und hat ihr das dann an den Kopf geworfen, weil er es bei sich selber so gehasst hat. Warum hast du uns nicht so mehr Zeit gegeben? Sorry, welche Zeit? I'm sorry, welche Zeit? Also, ich meine, ich bin ja dann einfach abgereist, lautlos. Und dann habe ich ja das Interview gegeben und du hattest so viel Zeit. Also, ich meine, was für Zeit meinst du denn? Ich bin ja, ich habe mich ja erwachsen verhalten und so. Du hättest ja einfach hinterherrennen können und die kleine Anastasia um Entschuldigungen bitten können. Du hattest die Möglichkeit, mich anzurufen, dich zu entschuldigen. Habe ich nicht dir Zeit gegeben? Habe ich. Du hast dich nicht genutzt. Und das hat dich dann die Beziehung mit mir gekostet, ne? Habe ich dich bestraft, weißt du? Ich bin einfach abgehauen und so weiter. Habe ich. Hörst du mir genau zu? Habe ich. Hast du nicht genutzt, du Idiot? Das kommt mir nicht irgendwie glaubhaft vor. Versuch's nochmal. Oh mein Gott. Er weiß ganz genau, welche Knöpfe er bei ihr drücken muss. Sie wird doch jetzt völlig ausrasten. Du nimmst sie nicht ernst? Es gibt nur ihre Wahrheit. Ich gebe ihm eine Antwort und sie passt ihm nicht. Und dann plötzlich sagt er, nee, das kaufe ich dir nicht ab. Was soll das? Ich bin erwachsener Mensch. Warum soll ich dich belücken? Das ist, glaube ich, auch ihre Thematik, dass sie sich vorkommt wie die kleine Anastasia, also wie ein Kind. Und deswegen, hier, triggert sie das so doll. Sie so, ich bin eine erwachsene Frau. Und ich glaube, dass auch ihre Stimme, weil die Menschen sie dann deswegen oft auch als kleines Kind irgendwie wahrnehmen, weil hohe Stimme, tiefe Stimme, bla bla bla, das hat ja auch alles seine Wirkung, Wirkungsweise. Es gibt ja nicht umsonst Stimmtrainings und so weiter. Und ich glaube, das könnte wirklich ihr Thema sein. Ich glaube, ich bin satt. Ich esse nicht mehr. Fertig. Du hast mich nicht gut behandelt. Ich brauche jetzt eine Trotzreaktion. Ich esse nicht mehr weiter. Ich nicht, ich kann sehr gut essen. Ich kann richtig gut essen. Dieses Tier ist nicht umsonst gestorben. Ich esse jetzt hier weiter. Du kannst jetzt wie ein kleines Kind beleidigt sein. Und dann isst er auch weiter, weil das Fleisch ist ja super lecker. Und sie ist so, ich bin beleidigt. Wird das denn jetzt endlich sehen? Und geht da drauf ein, dass ich beleidigt bin und dass ich demonstrativ nicht mit esse. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht angegriffen oder irgendwie. Ich fühl mich nicht angegriffen. Ich fühle mich nicht angegriffen. Ich fühle aber... Aber du regierst so aggressiv. Ja, natürlich. Natürlich. Also das ist ja außerhalb meines Verantwortungsbereiches. Wenn du dich benimmst, so wie ich es nicht mag, werde ich mich aggressiv benehmen. Also ich sehe zwar aus wie eine Dame, aber Anstand habe ich nicht. Natürlich benehme ich mich aggressiv. Ist doch ganz normal. Du musst einfach nur deine Sturheit fallen lassen und dann sind alle Probleme weg. Ihr Süßen. Ihr seid auch ganz schön optimistisch. Bei dem war irgendwie so eine Wende. So eine Wende. Sag mal Wende? Wendung? Ich meine, du musst einfach nur deinen ganzen Charakter wegpacken. Ja? Und dann ist auch alles okay. Also, dass du einfach einen gesunden Selbstwert auf einmal bekommst. Nicht mal eifersüchtig bist. Keine Spielchen spielst. Keine Eifersuchtsdarm spielst. Wenn das alles weg ist, bist du perfekt. Dann haben wir auch gar keine Probleme mehr. Ich war immer korrekt zu dir. Nein, nicht immer. Ernesto, denk bitte gut drüber nach, was du sagst und welche Worte du hier wählst. Doch. Ich war immer korrekt zu dir. Nein? Doch. Nein. Nein. Ich habe Nein gesagt. Warst du gar nicht. Es ist jetzt für mich ein ganz schwacher Versuch, irgendwie dich da rauszureden. Ich muss mich überhaupt nicht rausreden. Du musst da nicht blöd lachen. Das sage ich dir jetzt ganz ehrlich. Ich lache nicht blöd, aber du bist jetzt. Aber du beleidigst mich. Das ist so ein schlechter Versuch, weißt du jetzt. Lässt du mich nicht ausreden? Nein, nein, jetzt kann ich dich nicht ausreden lassen. Aber ich kann mir dir nicht mehr erinnern. Okay, wow. Aus welchem, also wo sind die geflüchtet? Was ist denn bei denen bitte los? Also ich meine, ihn hat das irgendwie auf die Palme gebracht. Sie ist völlig gegen die Wand gelaufen, versucht ihn dann mit dem Käsekuchen zu bewerfen. Also wo hat sie das denn gelernt? Ihr Äußeres, was sie versucht zu verkörpern, passt überhaupt nicht mit ihrem Verhalten zusammen. Also ich meine, das ist so, ich würde denken, Sozialisierung ist bei ihr aber komplett schief gelaufen. Sie sagt dann auch nochmal kurz, ja, eigentlich wirft man nicht mit Essen. Aber, nein, nicht aber, man wirft damit nicht. Also ich meine, was für ein Impuls, also wie lost bist du denn bitte, dass du das dann in dem Moment nicht kanalisieren kannst? Dass du weißt, okay, ich bin heute eine erwachsene Frau. Das macht man nicht. Man bewirft keinen. Nein, das kann man hier alles ausdiskutieren. Was ist denn bei ihr auch schief gelaufen? Du benimmst dich selber wie der letzte Affe. Affen sind süß, ja. Und dann verpiss dich doch. Also ich meine, du hast ihn doch jetzt beworfen mit dem Essen. Was stehst du da noch? Will sie jetzt, dass er wieder auf sie zukommt, dass er sie zurückholt? Ich glaube schon. Der hat mich einfach so wütend gemacht. Ja, das war seine Schuld. Also auch wieder überhaupt nicht in meiner Verantwortung. Das war er. Entschuldigung. Kann mich jemand entkabeln? Na, also ich möchte jetzt hier sofort raus. Wahrscheinlich merkt sie aber auch, dass sie sich vollkommen blamiert hat bis auf die Knochen. Und deswegen flüchtet sie jetzt auch aus der Situation. Also ihr Süßen, so macht man es nicht. Bewerft Leute nicht mit dem Essen. Das ist ja, also ich, oh Gott, ich stelle mir das so vor. Das würde jemand bei mir machen. Also es gibt ja auch Partnerschaften auf dieser Welt, ne? Also da fällt man vom Pferd. Oder was sagt man da? Ich sage Tschüssi Leute.